Hallo und Willkommen zu meinem Video über die Wahrheit hinter Kryptowährung bzw. genauer über den Handel mit Kryptowährung Mein Name ist Benjamin Hübner und in diesem Video werde ich Ihnen kurz zu mir ein paar Worte sagen Außerdem werde ich die Vor- und Nachteile über den Kryptowährungshandel mitteilen Und auch zu dem Investieren in Kryptowährung also über das längere halten oder auch über Cloud Mining und so weiter Und letzten Endes werde ich Ihnen noch zeigen wo Sie mehr Informationen zu dem Thema bekommen Erstmal kurz zu mir Ich beschäftige mich jetzt zwischen 9 bis 10 Jahren mit dem Onlinehandel von diversen VORX und anderen Instrumenten wie Binäre Optionen und so weiter Ich habe bisher schon vielen Leuten geholfen binäre Optionen oder auch Forex erfolgreich zu handeln Das hat nicht bei jedem geklappt das erfolgreich zu meistern Aber doch bei vielen Und auf YouTube kann man auch einiges an Livetrading von mir sehen und auch viele Handelsstrategien für binäre Optionen und so weiter von mir Kommen wir kurz zu den Chancen und Gefahren beim Kryptowährung Was zum einen eine Chance und auch gleichzeitig eine Gefahr ist Das ist die starke Marktbewegung Die man beim Kryptowährung findet Das macht sehr viel gefährlicher als beim Forex oder beim Aktienhandel Es bringt halt auch die Möglichkeit hohe Gewinne in kurzer Zeit zu machen Das macht es auch wieder interessant Nachrichten zu Bitcoin oder entsprechenden Währungen haben oft einen sehr sehr starken Einfluss auf die Kursentwicklung Das gilt für bekannte Währungen natürlich auch für unbekannte Der Kryptowährung ermöglicht zwar hohe Gewinne durch die starke Marktbewegung Aber auch ein hohes Risiko Ein Vorteil den ich hier vergessen habe aufzulisten Sind die starken Preisschwankungen von verschiedenen Börsen voreinander Dazu findet man in meinem Video Kurs dann mehr Kurz zum Investieren in Kryptowährungen Zum einen gibt es jetzt mal neben dem Kaufen einer Kryptowährung und dem Halten und hoffen dass er steigt Gibt es einige Krypto Lending, Trading, Mining und andere Investitionsformen Hier ist es zum einen durch die Kursschwankungen oft schwer zu sagen ist es profitabel auf lange Sicht oder auch nicht Zum anderen gibt es hier auch viel Betrug Nicht umsonst verbietet Google und Facebook bald die Anzeigen für Kryptowährungen und ICOS und so weiter Dennoch steckt hier auf jeden Fall Potenzial Hier gibt es auf jeden Fall ein paar Sachen die interessant sind Wo man nicht sagen kann Das ist garantiert was Aber wo ich ein recht geringes Risiko sehe Dass das ganze schief geht Auch dazu gibt es ein bisschen mehr in meinem Video Kurs Insgesamt finden Sie in meinem Video Kurs mehrere Videos Der ganze Kurs ist kostenlos Zur Anmeldung einfach rechts neben dem Video anmelden Beziehungsweise wenn Sie auf YouTube sind Dann auf den Link in der Beschreibung klicken Oder auf Facebook Insgesamt handelt es sich um mehrere Videos Die nochmal die Gefahren und Chancen von Kryptowährungen abdecken Außerdem auch eine Möglichkeit wie man die Gefahren stark minimiert Wie Sie durch Abitards Trading an Kursschwankungen zwischen verschiedenen Börsen profitieren können Das ist das was auch die großen Marketplayer machen Zusätzlich erhalten Sie eine Handelsstrategie von mir Die ich für Kryptowährungen und CFDs schon eine Weile nutze Ein Video kümmert sich um die Besonderheiten von Kryptowährungen Gerade bei den Börsen und das Orderbook ist zum Beispiel sehr interessant Außerdem erfahren Sie noch vieles weiter interessanter Um das alles zu erhalten Einfach entweder auf www.http.tradeacademy.com anmelden Oder wie gesagt hier neben dem Video anmelden Dadurch erhalten Sie dann kostenlosen Zugang zu meinem Video Außerdem erhalten Sie auch noch ein kleines Extra wenn Sie die Seite mit Ihren Freunden teilen Ich bedanke mich für das Zuschauen und bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Mal